Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und das Ganze zusammen mit dem Baldassar. Herzlich willkommen. Da ist er. Gut, und wir sind wieder auf unserer kleinen Insel und gucken zu, dass wir da korrupte Dinge machen. Ja, und vor allem... Jetzt habe ich ein Ladebildschirm. Jetzt bin ich draußen. Aber das ist schlecht. Jetzt bin ich wieder drin. Klappt. Bist du noch drin? Ich bin noch dran, ja. Okay. Machen wir gerade Pause. Gut. Läuft noch. Ja. Okay, das war eine kleine Unterbrechung, liebe Zuschauer, die wir nicht eingeplant haben, aber es geht weiter. Keine Ahnung, ist das jetzt schon wieder warm. Ja. Gut. Äh... Ah, was wollte ich denn das jetzt noch mal machen? So schön, dass du gehst. Oh, der Mais ist jetzt abgepflanzt. Sehr schön. Das passt alles. Okay, dann gucken wir mal weiter, wie der technische Fortschritt hier so ist. Ach, da müssen wir uns irgendwie erweitern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Erweitern ging. Was für Erweitern? So einen Baukreis hat man doch, ne? Wo man nicht raus darf, ne? Aha. Welche Gebäude erweitern einen die Baufläche? Hä? Was hat's denn los gemacht? Ich hab jetzt um meinem Palast so einen Kreis drumherum, verstehst du? Und innerhalb dieses Kreises kannst du nur bauen. Sieht auf jeden Fall so aus. Warte mal, ich hab gerade eine Meldung, muss erst mal durchlesen. Okay, jetzt. Was für ein Baukreis? Also, wenn du Gebäude baust, die kannst du nur innerhalb eines Reich... innerhalb einer Reichweite um deinen Palast bauen. Ja, überall, wo freie Fläche ist, oder nicht? Nein, ist wohl nicht so. Das war wohl mal so, ne? Kann das sein? Das haben die wohl irgendwie was in dieser Version geändert. Ne, ich kann überall bauen. Kannst überall bauen? Ähm, hast du den, äh, den, den, den Fog of War, wollte ich jetzt schon sagen, den, den Nebel, diesen weißen Schleier schon entfernt? Ja, der ist ja um meinem Ding ins Großrum weg. Aber ich kann... Weil der muss entfernt werden, und zwar, du klickst auf deinen Palast und dann gehst, wenn du auf den Palast geklickt hast, gibt's ja die Aktion Erkunden, die kostet sich Tausender. Äh, warte mal, jetzt bin ich irgendwie hier noch in der Straßenbau drin, oder? Äh, warum wird denn jetzt hier das Fenster? Straße ist da, aber... Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Äh, jetzt krieg ich eine Nachricht. Äh, ich muss grad noch hier was lesen. Äh, alles klar. Gut, also ich geh auf das Haus, erkundet 1000 Euro. Oh, okay, hab ich jetzt gesehen. Genau, und dann musst du auf irgendwo eine Fläche, wo dieser Nebel noch ist, und dann läuft dann so ein Männchen dahin und erkundet den Bereich, und dann kannst du weiter, beziehungsweise weiter dein Reich vergrößern. Und ich glaube, das ist das Problem, dass du jetzt da nicht bauen kannst, weil du jetzt schon die ganze Fläche, die zurzeit bei dir sichtbar ist, äh, schon, äh, ausgereizt hast. Vielleicht liegt das daran. Hm. Wenn ich jetzt eine Straße nehme, die kann ich irgendwie... Oh, weh, doch, so geht's. Ach, die muss erst anschließen, die Straße, und dann kannst du weitermachen, alles klar. Glaube, ich hab grad verstanden. Okay. Das hat wohl damit zu tun mit der Straße, aber das andere weiß ich auch noch nicht, muss ich gleich mal austesten. Jo. Oh, Mann. Ja, das geht ja schon mal gar nicht, ne? Jetzt wollen sie hier mehr Geld klauen. Oder tun sie sogar. Nein, meine herzigste Majestät hatte ihren Nachfolger ausgesandt, doch er wurde von stinkenden Piraten... Wer klaut... Ja, ja, die klauen mir grad das Geld, oder bist du da schon? Nee, ich mach gar nix, ich baue hier grad fleißig Plantage und gedöhnts. Okay. Ich hab nix geklaut. Ich bin froh, wenn ich selber einigermaßen über die Runden komme. Da hab ich gar keine Zeit für andere Sprenzchen. Okay. So, das... Also, irgendwo wird hier bei mir geschossen. Ich weiß nur nicht, warum. Echt? Ja. Wo sind die denn, bitteschön? Ach, hier, okay. Und wie kann ich die kaputt machen? Aha. Ja, ich hab wohl auch ein paar, die da schießen, aber... Interessant. Auf offener Straße hier. Geht's richtig rund. Hast du schon, äh... Ich hab nen Angriff von irgendwelchen Freibeutern. Ja, ein paar Piraten-Freibeutern, ja. Ist ja krass, ne? Schon mal gut zu wissen, Alter. Muss ich jetzt schon mal langsam auf vor umsatteln, wenn solche Vögel ja gleich kommen. Kannst du nicht aus dem, ähm, aus dem, aus dem Palast dir einen Trupp auswählen und den da hinschicken? Ja, muss ich mal gerade gucken, ne? Weil, der Palast hat, glaube ich, immer Soldaten. Ja, die sind ja auch schon raus, glaube. Die gehen automatisch raus. Ich seh nicht, dass ich's irgendwo, äh, sag schon, äh, auswählen kann. Okay. Oder? Ne. Ne, ich kann das nicht auswählen. Das geht wohl automatisch. Aber, äh, sieht gerade nicht so gut aus. Ich glaube, meine Leute sind alle platt. Und die machen mir gerade was, meine Gebäude kaputt. Das ist, gefällt mir ja gar nicht. Konntest du schon einen Vorbauen oder einen Wachturm? Einen Wachturm, ja. Den hab ich schon angeschmissen, aber... Irgendwie sind meine Arbeiter jetzt gerade nicht so motiviert, glaube ich. Gucken, dass ich vielleicht... Ja, ich seh nirgendwo einen, der da jetzt gerade bereit ist zu arbeiten. Ich glaube, die sind alle in den Häuser verschwunden. Oh Mann, nicht nur, dass der Walter Samir auf den Angriff Ich hab noch gar nichts gemacht. Ja, komm, 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 komm. Nur braver Baum. Ja, ja, das erzählt sie jetzt hier so. Ja. Jetzt hab ich wieder Palast, vorm Palast wieder Angreifer. Also wird wieder gekämpft, komisch. Soll ich mal vorbeikommen. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich die loswerde. Bitte baut mal mehr an den Türmen vielleicht, oder sowas. Also da sind auf jeden Fall von dir Soldaten schon draußen, so wie ich das sehe. Ja, ja, das ist so, ja. Auf der Straße steht der Gegner und an der Treppe sind meine Leute. Und irgendwie werde ich die Freibeuter gerade nicht los. Das ist schon mal gut zu wissen, weil da muss ich echt Wachtürme bauen, wenn das plötzlich so ein Freibeuter Schwalder ankommt. Machen wir zurück. Das war das Falsche, das. Ich muss sofort erstmal wieder das da hinbauen, ne? Oh, keine Werbung mehr. Äh, keine Werbung, sag ich schon. Keine Forschung mehr. Komm, zack. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Vielleicht haben wir jetzt auch die Chance, dass die gleich weg sind. Sind nur noch drei, vier, glaube ich, oder so. Vielleicht bekämpfe ich die jetzt, aber ich habe natürlich Kohle verloren ohne Ende, ne? Das ist natürlich super wieder hier. Das wirft mich wieder um Lichtjahre zurück. Tja. Bald, da soll ich das alles gewinnen. Nur abwarten. Ja. Zumindest weiß ich schon mal, dass ich Wachtürme bauen muss. Ja. Ja, gut. Äh, was auch ein bisschen achten muss, auf deine Mandatsverlängerung. Ja. Das ist nämlich doch wichtig, das ist mir so gerade so aufgefallen. Wo steht, sehe ich denn, wie lange ich, ach, da oben glaube, ne? Oben links bei der, bei der Jahrhunderszahl. Okay. Also da bei diesem Kalenderregister oder Icon oder... Ja, komischerweise sind die jetzt weg und ich habe auch Geld irgendwie genug eigentlich, ob ich die, denen das wieder aus der Tasche ziehen konnte oder so. Das Thronjubiläum meiner Majestät rückt, nee. So, jetzt habe ich auch ein paar Soldaten wahrscheinlich mit dem Turm. Ja, okay, schauen wir mal. Wie sich das hier alles so weiterentwickelt. Ja, ich muss jetzt erst gerade ein bisschen warten, glaube ich, weil die Kohle alle ist. Ich brauche mehr Bürger auch. Und es ist wieder ein Schiff angekommen, das ist doch schon mal schön. Okay. Ich hätte gerne die Überweisung von dem Geld dann auf meinem Konto auch gesehen. Ja, bei mir kommt jetzt auch der Piratenangriff. Ah, okay, dann gleicht sich das ja zum Glück aus. Ja, das ist so ein Event. Ist natürlich super, meine Wachtürme sind gerade fertig und jetzt gibt es eine Aufgabe, dass ich zwei neue bauen soll. Das Problem ist bloß den Einwachtturm, den ich da gebaut habe, der ist zu weit weg. Die laufen in Richtung Farmen. Aha. Gut, dann müssen wir mal gucken. Der ist da. Stell ich den zweiten mal da hin. Und den anderen. So, jetzt habe ich ja dem Typen gesagt, der soll für 1000 Euro da hinlaufen, aber ich glaube, das hat er nicht gemacht. Da ist immer noch alles neblig. Komisch. Also bei mir geht es eigentlich. Mal schauen. Also es dauert ne Weile, bis er dort ist, ne? Der läuft dann wirklich los und dann... Ja, aber es ist ja schon ne ewige Weile wäre, dass wir das gemacht haben, oder? Ach so, ja, das stimmt natürlich. Oder ist da irgendwie ein Fluss und der ist da drin ertrunken? Ah, wird schon werden. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Großen... Ne, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Jetzt muss ich erst wieder ein bisschen warten. Äh, das passt mir gar nicht mit diesen Piraten. Mist. Mhm. Haben sie dich jetzt noch am Schlewittchen, oder? Ja, ja, ich habe keine Chance gegen die. Ich habe zwei Trupps gehabt. Die haben sie... Die haben sie gnadenlos umgesäpelt. Okay. Gut. Also die greifen bei mir im Moment einen Wachturm an. Und den haben sie jetzt gerade mal eingeäschert. Okay. Ist natürlich schon schön. Ich hatte doch eben irgendwo... ...ne Fischerei gesehen. Bin ich denn jetzt doof? Wo ist die denn jetzt wieder? Ach, und da Rohstoffe, ich sehe es schon. Die ist Rohstoffe, ja. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ähm, kommen da aus dem Wachturm auch mal wieder Leute raus, oder was denn? Jetzt habe ich auch noch Geld von der Krone gekriegt. Ist das denn richtig? Und wie verlängere ich mein Mandat? Das ist nur noch einen Monat, sehe ich gerade. Sieht aus, als wären die vergrabenen Schätze in Wahrheit Bodenschätze gewesen. So war jetzt aber noch Revolutionäre bei mir. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht, ey. Wieso gibt es denn da keine Soldaten mehr? Es liegt nicht an Ihnen, Gouverneur, sondern an uns. Da Ihre Amtszeit zu Ende geht, steht unsere Zusammenarbeit unter einem schlechten Stern. Seine Majestät fragt sich, wer kümmert sich um meine Gefühle und Bedürfnisse? Oh, oh, meine Amtszeit geht zu Ende, sagt er. Oh, ich habe verloren. Echt? Das war unser Spiel. Saumere Saumere. Oh, das ist aber schade. Ich wusste nicht, wie ich es verlängern kann. Ja, das kannst du nur verlängern durch Aufträge. Ja, genau. Und ich hatte keinen Auftrag, der passend war. Ich hatte eben schon einen genommen. Okay. Damit ist die zweite Folge durch. Du bist noch im Spiel, glaube ich, oder? Ja, nur sechs Monate. Und ich habe im Moment einen Revolutionär, der hier rumrennt und hier alles kaputt macht. Das war es eigentlich. Ja, ich glaube, wir können dann in Folge 3 nochmal neu starten. Oder wie sieht es aus? Würde ich schon sagen. Wir fangen mit der dritten Folge neu an. Genau. Jetzt sind wir auch ein bisschen fitter drin. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen länger durchhalten. Jetzt wissen wir, dass es nicht Geld alleine zählt. Ja. Weil ich habe immer fast am Anfang nur Geld genommen, weil das auf der einen Seite auch wichtig ist. Aber ja, in diesem Fall war es dann doch etwas anders. Gut. Okay. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. So schaut es aus. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.